Zimmerpflanzen Spezialkannivoren Teil 5 heute wird wieder gemessen und geschaut wie sich alles entwickelt hat im Laufe von etwa einer Woche bis zum oder vom Teil 4 bis Teil 5 dementsprechend Karnivoren als Zimmerpflanzen, das werden wir fortlaufend in dieser Serie in der Playlist dementsprechend verfolgen und begleiten können. Gestern haben wir schon vor einem Zwergkrug hier ein Blatt eingepflanzt, das schon bewurzelt war, das schneide ich nachher noch irgendwie mit rein. Vorsichtig, ich hole ihn mal raus und werde ihn mal... Also er hat tatsächlich Wurzeln gemacht und bildet auch schon kleine Pflänzchen aus. Oh, das ist ja mal cool, ne? Siehst du wohl, so einfach kann das gehen. Einfach mal bei den ZZ mit reinschmeißen und dann bewurzeln lassen. Damit wir das zusammenhängend hier im Karnivorenbereich haben, weil nochmal kann ich es nicht machen, ist fertig, weiß Bescheid, ne? So ist es. Aber ich wollte es gestern unbedingt gezeigt haben. Das ist Vulcatecaktem Premustrat, ohne Seramis dieses Mal, denn Seramis speichert ja auch Nährstoffe, von daher verzichten wir hier drauf. Nicht zu viel auf einmal. So, feuchten das ein bisschen an, damit wir ihn besser einpflanzen können. So, dann nehmen wir das Blättchen. Blättchen, nicht zu tief, ich würde sagen ungefähr ein Zentimeter. Loslassen, loslassen, vorsichtig. Ja, siehst du wohl. Okay, also das hat soweit schon mal ganz gut funktioniert. Und dann werden wir das Ganze kräftig durchspülen gleich. So, das heißt, wir werden jetzt sofort anfangen und die Sachen angucken und nachmessen. Einen Teil messen wir zusammen, einen Teil messe ich alleine, weil sonst wird das zu lang, das zieht sich sonst wie ein Kaugummi und das ist dann auch nicht so schön. Ich zeige euch die Pflanzen und dementsprechend können wir dann sehen, wie die Werte sich entwickelt haben und wie wir dementsprechend eingreifen werden mit der Düngung. Und schon kann es losgehen. Hier sehen wir unser Fettkraut. Das fängt an zu blühen. Hier haben wir noch keine Selbstbewässerung in dem Sinne, sondern stehen im mineralischen Substrat. Ist von der Pflege her nicht so einfach. Da muss man so ein bisschen grünen Daumen haben. Guck mal, wie wunderschön sie jetzt anfängt zu blühen. Das ist so genial. Richtig schick anzusehen. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Schätzchen, was wir hier damals herausgenommen hatten und hier eingepflanzt. Die machen sich richtig gut. Wesentlich kräftiger tatsächlich auch von der Farbgebung her. Auch die Blätter wesentlich kräftiger. Wir liegen hier bei der Selbstbewässerung jetzt bei 330 µ7. Ich habe es gerade nachgemessen und aufgeschrieben. Letztes Mal gemessen vor Zirka. Da waren wir bei 300. Interessanterweise ist nicht viel Wasser verbraucht. Müsste ich jetzt auch mal abdunkeln. Okay. Also hier gibt es keine großartige Veränderung, außer dass die Pflanzen also hier richtig kräftig wachsen drin. Das sind zwei. Ja, das sind zwei, die hier drin stehen. Aber das ist schon mal genial, so mitzunehmen. Der hat so einfach funktioniert. Wasserverbrauch relativ wenig. Äh, gering. Relativ gering, nicht wenig. Mal gucken, wann die dann anfangen zu blühen noch. Ah, das ist schon, ne? Da siehst du schon einen richtigen Unterschied zwischen den Pflanzen. Hier sind sie etwas kleiner und dementsprechend hier oben dann schon wesentlich größer und kräftiger. Okay. Das kurz zu dem Fettkraut. Und dann kommen wir jetzt hier zu unserem Zwergkrug. Denn hier dürfen wir heute auch wieder wässern und düngen. Unser wunderschöner Zwergkrug. So, wir hatten ihn bei 90 µ7. Wie man sie damals aufgedüngt. Der Topf ist noch feucht. Hier ist allerdings jetzt tatsächlich nichts mehr drin gegeben. Der Docht ist noch nass. Hatte ich soweit ganz okay noch. Also sie ist tatsächlich auch noch versorgt. Also es ist, ich denke mal, so in drei, vier Tagen vielleicht müsste man unbedingt eingreifen. Aber, äh, nee, aber. Sondern wir werden jetzt dementsprechend. Das kannst du wieder aufdüngen. Ähm, ich habe jetzt hier im Osmosewasser, das hatten wir drin, etwas über 90, glaube ich, waren es vorhin gewesen. Ja, gut 100 µSiemens. Hier haben wir jetzt gut 100 µSiemens drin. Ich werde jetzt mal einen Teil hier über das Substrat hineingießen, um dann im Durchspülverfahren im Prinzip das Ganze mal zu messen, dass ich eine Auffassung mir nicht, nichts überläuft. So, das muss jetzt im Moment durchlaufen und dann zeige ich euch gleich oder sage gleich, wie die Werte dann dementsprechend aussehen. Okay. Kommen wir zu der Kannenpflanze der Bloody Mary. Die haben wir schon seit dem Sommer hier drin. Und das läuft richtig gut. Aktuelle, aktueller Wert liegt bei 140. Wasser brauchen wir noch nicht nachfüllen. Also soweit auch okay. Damals, äh, letztens bei 130, jetzt bei 140. Ähm, ja, also sie macht sich einfach gut. Da fällt mir nichts mehr zu ein, was sie noch sagen könnte, sollte. Äh, die Kannen sind mega hübsch und jedes Blatt entwickelt eine Kanne. Das ist einfach nur fantastisch anzusehen. Man muss natürlich beobachten jetzt, wie das Ganze dann im neuen, ähm, ähm, Pflanzenbereich in dem Sinne jetzt, äh, sich verändern wird. Denn wir haben ja jetzt, äh, die Aquariumbeleuchtung. Aber die neuen Blätter, die herausgewachsen sind bis jetzt, sehen richtig gut aus. Also, von daher sind etwas länglicher geworden, würde ich sagen, ne? Etwas länglicher. Okay, nehmen wir so mit, wie es jetzt aussieht. Auf jeden Fall läuft es hier richtig gut. Wie gesagt, hier brauchen wir jetzt nicht eingreifen. Wir könnten jetzt mal einen Schluck Wasser, bau, das könnten wir heute immer machen. Einfach mal einen Schluck reines Wasser jetzt über das Substrat hier, ups, in, ja, weiß Bescheid, ne? Gießen so, dann bringen wir in dem Bett ein kleines bisschen runter. Und gegebenenfalls spülen wir auch ein bisschen was raus, was sie vielleicht angereichert hat. Das machen wir einfach so pauschal mal, ne? Um mal zu gucken. Nicht um zu gucken, sondern um es zu machen. Meine Güte. Okay. Und zunächst waren, das müsste die Nepenthes Spektabeles sein. Hier können wir jetzt auch die Kanten erkennen. Wunderschön anzusehen. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Hier liegen wir bei 120 µSiemens. Das heißt, hier muss ich noch nachmessen gleich. Habe ich noch nicht gemacht, weil wir müssen auch nachfüllen hier. Ähm, ja, mit der Bewässerung ist noch nicht optimal. Hier der Topf fasst nicht so richtig da rein. Das muss sich noch abändern, ne? Und hier sieht man auch schon Ausblühungen von dem Substrat tatsächlich gegeben. Das ist kein Schimmel, ne? Das sind Ausblühungen vom Substrat. Das mal upsilups so kurz mitgenommen. Ansonsten ist sie gut. Hat sich gut entwickelt. Richtig schön. Auch der Neuaustrieb. Oh Mann, wenn er jetzt mal scharf stehen bleiben würde. Macht sich richtig gut. Das Blatt ist auch relativ groß, muss ich sagen. Immer herausgewachsen. Und innen drin kann man auch schon das neue Blatt erkennen mit tatsächlich. Das läuft richtig gut. Also bis jetzt, würde ich sagen. Coole Sache. So, okay. Dann messen wir mal kurz nach, was hier gegeben ist. Um gegebenenfalls hier eingreifen zu können. Ich glaube ich stelle das noch ein bisschen dunkler. Warte mal so. Um gegebenenfalls eingreifen zu können. Ähm, ich sag's dir nur. Es wird demnächst einfacher werden, wenn wir durch sind mit der ganzen Geschichte. Das sage ich dir. Weil dann mache ich das nicht mehr in einzelnen Töpfen. Dann kommen sie komplett alle in ein separates großes Beet hinein gepflanzt. Weil das dann einfacher ist, ne. Von der Pflege her. So. Was haben wir jetzt hier drin? Okay. 85 Mikrosiemens. Ja. 85 Mikrosiemens haben wir hier drin. Läuft. Ähm. Ich hatte allerdings ab und zu einen Schluck reines Wasser hier oben mit reingegossen. Ähm. Vorsichtshalber. Weiß Bescheid, ne. So ist das. So. Was haben wir jetzt gesagt? 85. Jetzt gießen wir hier 100 einfach mal rein. Auch über das Substrat. Ganz klarer Fall. Damit auch hier gegebenenfalls nochmal was rausgespült wird. Was vielleicht zu viel ist. Was hier wohl nicht gegeben sein kann. Denn wie gesagt, ich hatte zwischendurch mal einen ganz kleinen Schluck reines Wasser rein gemacht hier. Ist dann auch nicht verkehrt, ne. Also wenn ihr nicht genau weiß, dann gieß einfach mal einen Schluck reines Wasser rein. Wenn sie ansonsten gut versorgt. Sie können auch eine Zeit lang mal mit weniger zurecht kommen. Das ist ja nicht so schlimm. So. Was haben wir jetzt hier gegeben? Wir haben jetzt hier 96, 97. Also gut 100, ne. Gut 100 Mikrosiemens haben wir jetzt hier drin. Also auch das soweit. Okay. Kommen wir zur nächsten Kannenpflanze. Namen weiß ich gerade noch nicht. Kann der Carnico uns vielleicht nochmal helfen. Die werde ich auch nochmal verlinken hier. Am Ende des Filmes. Von dem haben wir nämlich die Pflanzen damals bekommen. Um dementsprechend für euch hier etwas zu starten. Und etwas zu lernen. Zu erforschen. Zu entdecken. Auch eine wunderhübsche. Wir können jetzt in der Mitte den kleinen Austrieb sehen. Das ist jetzt erst seit circa vier, fünf Tagen so gegeben. Vorab hatte er tatsächlich hier auf dem Blatt gelegen. Und ich hatte schon das Gefühl, oh oh. Ob der das wohl gepackt hat. Aber Tatsache. Er hat sich jetzt aufgerichtet. Wird voraussichtlich keine Kanne entwickeln. Erstmal. Gehe ich hier erstmal von aus. Weil die hat ein bisschen gelitten. Tatsächlich. Durch diese ganze Aktion. Aber er hat es geschafft. Hier haben wir noch nicht gedüngt. Noch nicht. Hier haben wir bisher nur gespült gehabt. Ich glaube zweimal habe ich das gemacht. Das heißt, wir werden jetzt mal nachmessen hier. Und gegebenenfalls das Ganze heute dann auch aufdüngen. Ich sage es dir. Das ist schon eine coole Sache. Es ist ein bisschen Aufwand jetzt hier für mich. Immer das Ganze abzufilmen. Ansonsten, wenn du sowas selber machst, ist das ja nicht das Problem. Aber für mich dann dementsprechend, um euch das zu zeigen, was Tatsache gegeben ist. Muss ich das ja festhalten. Nutzen ja nur alle nichts, wenn wir was lernen wollen. So, was haben wir jetzt? Oh, okay. Weiß Bescheid. Oh, hier müssen wir mal höchste. Wie kommt das denn jetzt? 300? Habe ich hier irgendwas verpasst? Habe ich hier irgendwas verpasst? Wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Da bin ich jetzt aber mega überrascht. Pass mal auf. Das heißt, der kriegt noch keinen Dünger. Es ist natürlich auch kein Wunder, dass er sich dann so lange so schwer getan hat. Habe ich das verpeilt, den nochmal durchzuspülen? Das kann natürlich sein. Dass ich damals, nachdem ich den Film gemacht habe, ich hatte ihn ja durchgespült. Und dann vielleicht nicht mehr, dass ich das vergessen habe. Siehste, ne? Wenn du nachmessen kannst, ist es besser bei solchen Sachen. Ich sag's dir, du. Ansonsten stehst du nämlich echt wie Ochs vom Berge manchmal, wenn irgendwas passiert. Dann weiß ich gar nicht, was Sache ist. Also hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das verpeilt habe. Anders kann es gar nicht sein, weil gedüngt habe ich ihn definitiv nicht. Und schon gar nicht so hoch. Das wäre ja nur Blödsinn gewesen. So, da sind wir bei 140. Dann machen wir das nochmal. Und dann sollte erstmal gut sein. Und das heißt, wir werden dann dementsprechend nochmal eine Woche warten. Bis zum nächsten Zimmerpflanzen-Spezial-Karnivoren. Dann Teil 6. Und dann gucken wir dann nochmal nach. Ich werde jetzt aber gleich hier draufschreiben, was wir dann jetzt halt dementsprechend hier tatsächlich drin gegeben haben. Aber ich lasse es noch einen Moment stehen hier. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten. Ups. Schmeiß da wieder alles weg. Zum nächsten. Zur nächsten Kannenpflanze. Name auch noch unbekannt. Hat sich interessanterweise richtig gut entwickelt hier drin. Auch die Kanne, die hier herausgewachsen ist, ist richtig lang. Nach wie vor hier in diesem Zeva. Das ist schon mal eine interessante Sache, dass man die Pflanzen also so lange tatsächlich da drin halten kann. Ohne Dünger, ohne alles. Weiß Bescheid. Okay. Also, wenn wir den jetzt herausnehmen und dann dementsprechend auch einpflanzen heute. Weil ich kriege Kilometergeld, wenn das so weitergeht. So, bevor ich das vergesse. Das ist jetzt natürlich auch mit interessant hier bei dem Zwergkuh, wie das jetzt tatsächlich aussieht. Was haben wir jetzt hier drin? Hier stehen circa zwei Zentimeter Wasser unten drin. 72 Mikrosiemens. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Das heißt, können wir dann dementsprechend doch bald mehr aufdüngen. Wir lassen es jetzt noch, ne? Kriege ich den jetzt mal gekippt hier. Lass mal auf. Ich halte noch mal rein. Kipp den mal vorsichtig. Nicht, dass ich hier falsch gemessen habe. Ja, doch. Ist okay. Also, das belassen wir so. Ich schreibe es jetzt auf. Und dementsprechend werden wir beim nächsten Mal etwas höher aufdüngen. Denn da scheint es tatsächlich auch zu verbrauchen. Was hatte ich jetzt gesagt? 70, ne? 73. Komm, dann schreiben wir jetzt 70 hin. Dann wollen wir nicht so kleinlich sein. Sonst komme ich hier auf. So ein bisschen mehr oder weniger kommt es ja nur ohne ich an, ne? Schreiben wir mal 70 hin. Und dann werde ich das gleich draufkleben. Die andere Kantenpflanze, die wir gerade gesehen hatten, die habe ich übrigens jetzt noch zweimal durchgespült. Da liegen wir jetzt bei 60 Mikrosiemens. Ne? Und düngen tue ich da aber noch nicht. Das machen wir dann das nächste Mal. Ich habe das jetzt hier draufgeschrieben. Wir haben 100 reingegeben und sind auf 70 gekommen, ne? Und damals waren es 90, dass wir das so mitnehmen können. Hoffentlich vergesse ich das nicht wieder bis zum nächsten Mal. So, dann kommen wir jetzt zu dem Schätzchen hier. Und werden es mal auspacken. Ja, okay. Interessanterweise ist dieses Mal das Ganze in Karnivoren Erde und etwas Fagnumos. Okay. Nehme ich erstmal so mit. Okay. Hm. Lass mal auf. Wie gehe ich jetzt vor? Erstmal nehme ich das hier weg an der Seite. So. Ganz vorsichtig. Ja. So. So. Das heißt, hier werde ich jetzt nicht großartig dran rumzuppeln und ganz vorsichtig drücken. Es scheint jetzt nicht ganz so viele Wurzeln zu haben. Ähm. Das heißt, ich werde sie erstmal spülen, bevor ich hier noch weiter rumfummel. Das mache ich jetzt als erstes. Okay. Ja. So ist das, ne? Weiter geht's. Pass mal auf. Das ist ganz schön viel mittlerweile. So. Ich habe ihn sauber gespült. Ähm. Lol. Ich werde ihn jetzt einmal kurz einsprühen. Ohne Druck geht das natürlich nicht. Ganz klarer Fall. Äh. Auch ein bisschen sauber spülen. Weil ich habe ihn mit Leitungswasser sauber gemacht. Und dann machen wir das grundsätzlich. Richtig schön sauber spülen das Ganze. So. Dann geht's da gleich mit weiter. Ich mache nämlich erst kurze Pause. Und bevor ich das vergesse, lege ich es hier schon mal hin, dass wir hier gleich reinschauen können. Okay. Du glaubst es nicht. Jetzt habe ich eine ganze Stunde gesucht nach meinem Dochten. Ich hatte nämlich neue bestellt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde sie nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich zum Glück noch einen gefunden. Ähm. Gebrauchten. Und von daher verwenden wir den jetzt einfach mal. So. Okay. Den Rest kennen wir ja im Prinzip schon. Aber ich zeige es trotzdem. Einpflanzen. Hier verwenden wir wieder mineralisches Substrat. Weil wir das austesten. Inwieweit die Karnivoren da drin wachsen können. So. Ich muss mal eben. Das kannst du natürlich nicht sehen. Ähm. Die alten Klamotten hier abschneiden. Das Gesunde lassen wir natürlich dran. Ganz klarer Fall. Ja. So ist das manchmal. Ne. Ich sag's dir. Eine ganze Stunde bin ich hier rumgerannt. Ich habe überall gesucht. Garage. Schuppen. Und hast du nicht gesehen. Überall war ich zugange. Und zu wursteln. So. Da das Schätzchen jetzt nicht so viele Wurzeln hat. Verwenden wir natürlicherweise auch ein relativ kleines Gefäß. Weil es nicht mehr braucht. Ist ja auch Quatsch. Ein riesen Pott zu nehmen. Wenn die Pflanze nicht viele Wurzeln hat. Und auch nichts macht. In dem Sinne. Oh. Ich sag's dir. Ich bin grad so. Oh. Von der Rolle. Kennst du das? Wenn du was suchst. Du weißt genau du hast es. Aber du weißt nicht mehr wo es ist. Oh echt ey. Und ich habe echt in allen Ecken geguckt. Eigentlich hätte ich es finden müssen. Ach. Manchmal ist das so. Das ist aber auch diese Aufräumwahn. Manchmal räumst du alles auf und dann findest du nichts mehr wieder. Das hat sich dann erledigt. Dann kannst du erstmal wieder suchen gehen. Gucken wo alles liegt. Ist so. Oh man. So. Kräftig durchspülen. Ganz klarer Fall. Versteht sich von selber. Und dann haben wir das soweit hier auch schon mal durch. Düngen werden wir hier noch nicht bei der Pflanze. Okay. Das mache ich mal alleine weiter. Diesmal spüle ich auch direkt ein paar mal öfter hier. Und dann kommen wir gleich noch zu ein paar anderen Kleinigkeiten. Das klopft gerade an der Tür. Moment bitte. So. Das mit dem Messen und so werden wir nicht immer machen. Nur ab und zu. Ne. Heute machen wir es mal wieder, damit wir das mitnehmen können. So. Ich habe ihn jetzt kräftig durchgespült. Gieß jetzt nochmal hier das Wasser rein. Um gleich dementsprechend nachmessen zu können, was hier dann drin gegeben ist. Dass ich da auf der sicheren Seite bin dieses Mal. Ich werde dann auch aufschreiben. Falls dann der Wert auch mal ansteigen sollte. Zum nächsten Mal können wir das dann auch mitnehmen. So. Dann kommen wir jetzt zu dieser Dosera. Ähm. Ja. Die hatten wir letztens gemeinsam eingepflanzt. Ähm. Ich hatte sie einmal durchgespült oder zweimal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm. Hier geht es richtig gut. Bildet auch wunderschöne Klebe drauf und aus. Ähm. Von daher ist das hier soweit schon mal ganz okay gelaufen. Und von daher gucken wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Dass wir auch hier auf der sicheren Seite sind. Ja. Sieht, hier läuft es. 82 µSiemens ist okay. Ähm. Das heißt, wir werden heute nochmal durchspülen. Und. Ich denke mal, beim nächsten Mal vielleicht aufdüngen. Aber da warten wir noch mit. Ne. Nicht zu viel auf einmal. Mal gucken. Das wird so ungefähr nach Möglichkeit unter 50 bringen. Wenn es irgendwo möglich ist. Das ist dann soweit ganz okay. Ähm. Wie gesagt. Hier geht es richtig gut. Ich zeige es gleich mal etwas näher. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich meine, es stand ja auch lange im Zebra. Also richtig lange. Von daher. Hat das hier richtig gut funktioniert. So. Lass mal auf. Lass mal einiges durchlaufen. Ja. Ist schon eine faszinierende Welt. Ne. Wenn es läuft. Und wir dann mitnehmen können tatsächlich. Wie es dann funktioniert. So. Hier werde ich mal kurz nachmessen. Halt ich den jetzt hin. Ach hier. So. Eins. Zwei. Drei. Was haben wir jetzt hier drin? 100. Siehst du wohl. Ist also noch einiges rausgekommen. Also sind wir hier noch lange nicht auf dem Wege zu düngen. Ne. Also hier müssen wir tatsächlich auch noch ein paar Mal durchspülen. Wie gesagt. Wir gucken, dass wir den Wert unter 50 kriegen. Wenn es irgend möglich ist. So. Das mache ich gleich noch mal alleine weiter hier. Damit ich euch nicht zu lange aufhalte. Oh. Ich sage es ja nur. Das alles so auf die Reihe zu kriegen. Also abzufilmen. Ähm. Ist so wie es ist. Ne. Ist auch ein bisschen Arbeit. Okay. So. Also. Das haben wir jetzt gestartet hier. Ja. Hallo. Äh. Das ist doch manchmal auch ne. Also glaubst du wohl. Äh. Moment. Moment. So schaut das Schätzchen jetzt aus. Dem geht es richtig gut. Ne. Muss ich sagen. Das scheint mal echt eine Pflanze zu sein. Die prädestiniert ist tatsächlich. Für das mineralische Substrat. Wir können auch sehr schön erkennen. Wie hier von unten die neuen Blätter herauswachsen. Aber das ist mal richtig schön anzusehen. Dass das so genial läuft. Das ist mega cool. Vorhin hier haben wir den Vorteil. Hier haben wir jetzt ein großes Wasserreservoir. Also hier haben wir dann. Wenn es läuft. Dann die Pflanze tatsächlich für ganz lange Zeit versorgt. Ne. Ah. Das ist mal richtig cool. Siehst du wohl. Ne. Das ist der Lechuza Deltini. Ist das. Ja. Läuft dann natürlich einfacher. Ist ein ganz klarer Fall. Das ist halt so. Ne. Hier muss ich mal gucken. Dass ich mal nach und nach andere Gefäße besorge. Ähm. Damit es auch einfacher wird. Ne. Aber. Nein. Nicht aber. Sondern. Es läuft richtig gut. Das ist schon eine coole Sache. Dass das so funktioniert. Richtig mega cool. Okay. So. Jetzt bin ich auch bald durch hier. Du glaubst du das. Du auch. Hier sind wir jetzt bei 65 angekommen. Und das lassen wir jetzt erstmal so stehen. So. Dann kommen wir zum nächsten Schätzchen. Und zwar zu dem hier. Zu unserer Drossera Carpensis. Das müsste die All Red sein. Ja. Sie bekommen nicht richtig Licht in dem Sinne. Also nicht das Richtige. Nicht. Also ausreichend Licht bekommt sie schon. Nur eben nicht das Richtige. Hier steht noch die Drossera Spatulata mit drin. Und das ich hier selber ausgesät hatte damals. Das macht sich richtig hübsch. Richtig hübsch. Also sie wächst auf dem Moos. Nicht im Substrat hier. Sondern auf dem Moos. Ja. Wird natürlicherweise vielleicht auch in Substrat einwachsen. Kann ich aber jetzt nicht sagen. Weil ich kann nicht reingucken. Ähm. Hier haben wir das Ganze im Serum. Das damals gemacht. Das ist ein bisschen heikel. Da muss ich mal ganz genau gucken. Dass die Werte nicht ansteigen. Denn Serum speichert tatsächlich Salze im Substrat. Aber nachdem wir das jetzt das letzte Mal hier tatsächlich richtig gehandhabt haben. In dem Sinne. Läuft es wieder richtig gut. Hier liegen wir bei momentan 100. Beim letzten Mal. Wir werden heute auch nachmessen. Ganz klarer Fall. Um gegebenenfalls nochmal eingreifen zu können. Aber das sieht schon hübsch aus. Das zeige ich dir. Das ist richtig. Richtig genial. Ja. 100. Okay. Komm. Dann messen wir hier auch mal kurz nach. Ich ziehe ihn jetzt mal raus hier. So. Kriegen wir das jetzt in einem Rutsch hier hin. Warte mal. Ich halte das mal eben fest hier. Bleibt scharf gestellt. Guck mal. So. Lass uns mal überraschen was wir drin haben. Tada. 68. Okay. Ähm. Ich werde aber trotzdem nicht mehr aufdünnen jetzt. Ähm. Es ist noch Wasser drin. Das reicht noch vollkommen aus. Beim nächsten Mal werden wir dann. Ähm. Ja. Hm. Werden wir dann. Ähm. Eigentlich müsste ich das ja spülen. Aber ich krieg's hier nicht gespült. Weil das Moos da drauf wechselt. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ne. Von daher ist das hier so eine leicht heikle Sache. Weil man nicht genau sehen kann was im Substrat gegeben ist. Das einzige was ich machen kann. Ich könnte das komplette Gefäß fluten. Äh. In dem Sinne. Bis oben hin. Ähm. Dass dann die Salze gelöst werden aus dem Substrat. Oder ich gieße erst nur reines Wasser rein. Aber das ist ein bisschen blöd mit dem Serum. Ist ehrlich. Ähm. Oder ich gieße nur reines Wasser rein. Und lasse die Salze sich lösen. Kipp den Kram raus. Und düng das Ganze wieder auf 100 auf. Weißt du was. Äh. Lass mal so wie es ist jetzt erstmal. Ne. Läuft. Von daher. Ich sag ganz okay. So. Hier muss ich auch mal näher heranzoomen. Damit ich das besser erkennen kann. Das ist die Drosera Carpensis. Ähm. Ja. Das müsste auch die Ohrette sein. Schau mal auf. Ähm. Wachstum ist genial. Das ist ja das Stück was kaputt gegangen war. Und von unten aus dem Herzen wieder ausgetrieben ist. Was wir dann eingepflanzt haben. Ähm. Und da kommen wir gleich auch zu den Reststücken ganz kurz. Ich glaube das sieht gut aus. Ich habe gerade nachgemessen. Wir sind jetzt hier bei 66 µS. Gedüngt habe ich noch nicht. Ähm. Ich denke mal im nächsten Zuge wenn das Wasser verbraucht ist. Dann werden wir hier tatsächlich auch anfangen zu düngen. Ah. Das ist schon mal cool. Das hat so aus dem Herzen von unten wieder austrat. Das Kaputte lasse ich alles dran hier. Da mache ich nichts bei. Das ähm. Scheint tatsächlich so zu sein dass es besser ist. Ähm. Aber nun ja. Das sind so erfahrungswerte die wir erst im Laufe der Zeit mitnehmen. Ähm. So. Jetzt kommen wir nämlich zu der Sache hier. Dann packen wir es erstmal gemeinsam hier aus. Damit ihr sehen könnt wie das Ganze hier äh eingepackt ist. Ähm. Wenn ich das ganz nah ran hole. Das blende. Das bringt es nicht. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. So. Das ist eine Luftpolsterfolie. Dann haben wir hier Zeber. Und äh. Doppellagig. Und dazwischen haben wir die Pflanzenstücke damals gelegt. nicht. Um mal zu gucken was sich so entwickeln könnte oder dementsprechend auch nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam hier an. Und dann. Ähm. Da die dumm 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 dumm. Hauen wir auf. Äh. Was wir hier sehen. Das war damals schon herausgewachsen. Ist dementsprechend äh weiter gewachsen. Sieht so ganz okay aus. Hier hat sich nichts entwickelt bei den kleinen Stücken. Dann schauen wir uns jetzt mal hier die etwas längeren Wurzeln an. Denn da entwickelt sich tatsächlich etwas. Das kann man jetzt also richtig gut schon sehen. Ne. Hier wachsen tatsächlich kleine Pflanzen heraus aus den Wurzelstücken dementsprechend. Ähm. Da kann man es vielleicht auch erkennen. Mittig so. Du kannst diesen kleinen. Ups. Kleingrünen Punkt sehen. Ne. Da kommt tatsächlich auch was. Ich hebe das mal ein bisschen höher. So. Guck mal. Sieht so. Ne. Ja. Da entwickelt sich auch was. Also coole Sache. Ich muss allerdings jetzt wieder anfeuchten. Ich hatte es ansonsten nicht angefeuchtet. Einfach so eingepackt liegen gelassen. Da ist noch ein Zwergkrugblatt. Das lasse ich auch mal einfach hier mit drin liegen. So. Ich werde es wieder zupacken. Wolltest du einmal kurz gezeigt haben. Dass sich da also tatsächlich auch etwas regt. Und bewegt. Das Zebra ist nur noch leicht feucht. Also nicht mehr nass. Deswegen sprühe ich das heute wieder ein. Und werde das Ganze einfach wieder zuklappen. Und dann mal gucken wie sich das so weiterentwickelt. Ja. Das ist schon eine coole Sache. Ne. Also nicht luftdicht abgeschlossen. Sondern halt die Ränder zugemacht hier. Und das liegt mit auf dem Kanivorentisch. Und dann entwickelt sich das so nach und nach. Das ist eine coole Sache. Dass man das so mit beobachten kann. Das ist schon cool. So. Er weiß was er daraus noch mitnehmen. Bei dem Zwergkrugblatt. Also da bin ich auch mal gespannt. Ob der tatsächlich auch anfängt hier drinnen zu wachsen. Das wäre natürlich mega cool. So. Ich glaube dann haben wir jetzt auch alles durch. Gut. Wir haben jetzt noch die Venus fliegen fallen. Aber ich glaube da brauche ich nichts zu sagen. Moment. Oder noch nicht. Noch nicht. Sagen wir es mal so. Es scheint nämlich so zu sein. Als wenn sie sich einziehen. Langsam. Aber das kann man jetzt noch nicht so wirklich erkennen. Ich habe nur den Eindruck. Ich würde sagen. Da schauen wir dann das nächste Mal rein. So. Siehst du wohl. Kannst du einfach so liegen lassen. Und gut ist. Und lass mal wachsen. Einfach so. Brauchst dich ja nicht drum kümmern. So. Moment. Jetzt muss ich aber auch. Ich bin so konfus ey. Tauchen wir nochmal ganz kurz in die Wunderwelt der Karnivoren ein. Hier in unserem kleinen wunderschönen Moor. Das ist übrigens die Madagascariense hier. Das ist so schön, dass das hier so cool funktioniert. Seitdem ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem Düngen. Aber nicht dass es trotz wird hier auch gedüngt. Da werden wir gleich nochmal nach. Messen wie es jetzt aussieht. Ob wir hier gegebenenfalls dann auch heute nochmal düngen dürfen. Ich gehe davon aus. So wie die Sachen aussehen. Dann geht es richtig gut. Also sind sie nicht überdüngt. Im Klartext. Hier werden wir wohl voraussichtlich. Düngen dürfen. Ich schwenke nochmal kurz rüber hier. Die ist so schön. Die Madagascarien. Die steht allerdings unter dem starken Licht. Unter der Meizzi LED. Ich glaube da werde ich auch den Karnivorenbereich hinpacken jetzt demnächst. Weil unter der Aquariumbeleuchtung okay. Es wächst. Aber es fehlt einfach Farbe. Es fehlt einfach Farbe. Und das ist hier natürlich wesentlich besser. Wobei wir jetzt nur die normale Einstellung haben. Wir können das ja noch stärker einstellen. Dann kriegst du hier nämlich nochmal einen ganzen Schwung mehr an Farbe rein. Ist tatsächlich so. Aber es ist schön anzusehen. Da das so wunderbar funktioniert. Das sind die Spatulata. Richtig. Genau. Oh das ist. Das ist so schön. Okay. Pass mal auf. Genug geschwärmt. Ich würde sagen. Ich messe jetzt mal nach wie das hier aussieht. Damit wir die Werte auch mitnehmen können. Und gegebenenfalls halt auch eingreifen. Oh das ist schon schön. Hier ist übrigens unsere Messstation. Okay. Dann schauen wir mal was wir jetzt hier messen können. In unserem kleinen Teich. Blup. Da ist er drin. Was haben wir drin? 92,90. Oh weißt du was? Das lassen wir so. Das ist noch okay. Ich gieße immer nur reines Wasser rein. Und irgendwann wenn der Wert zu niedrig wird. Dann gebe ich einen kleinen Schluck Dünger mit bei. Also das ist noch okay. Ich habe es bestimmt drei, vier mal nur noch reines Wasser rein gepackt. Also es läuft. Können wir so lassen auch erstmal. Ich denke mal zwei, dreimal mache ich es doch mit reinem Wasser. Und dann dementsprechend wieder mit etwas Dünger. Das ist schon eine coole Sache. Dass das so funktioniert. Ich sag's ja du. Ich wollte es ja damals erst auseinander gepflückt haben. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Dann können wir das nämlich weiterhin begleiten hier. Jetzt leuchten die Klebetropfen gerade nicht so vom Licht. Aber das ist tatsächlich schon. Oh man, das ist so schön. Warte mal. Ich mache es dann doch noch mal heller. Andersrum. Lol. Kann man es vielleicht besser erkennen. Ja doch. Ja, ist eine coole Sache. Okay. Ich glaube dann haben wir es jetzt auch. Jetzt habe ich das Mikro eingeschaltet. Ich habe schon alles gemacht. Und vergessen den Ton einzuschalten. So kann es manchmal passieren. Ich bin aber auch schon durch. Ich sag's ja doch. So, ich werde jetzt das eine oder andere erzählen nochmal. Und dementsprechend die anderen Bilder mit einblenden. Ich habe den Anschein, dass die Blätter anfangen kleiner zu werden. Das kann man hier erkennen. Das nehme ich jetzt mit der Aufnahme schon mal mit. Und hier. Ich meine sie wachsen noch. Auch hier kann man das erkennen. Hier sind so ein paar ganz kleine. Das sind allerdings schon wieder andere Pflanzen, die von unten mit durchwachsen. Das ist soweit ganz okay. Wenn gegebenenfalls mal etwas bei sein sollte, was nicht mehr so in Ordnung ist. Das zupfst du einfach raus. Gegebenenfalls kannst du auch mit reinem Wasser einfach übersprühen. Und wie auch immer. Dann ist das auch wieder okay. Dann passiert da soweit eigentlich nichts. So, wir haben jetzt hier einen Wert gemessen von 110 damals. Das können wir jetzt so noch lassen. Und ich habe jetzt gerade nachgemessen. Das sehen wir jetzt vor einem anderen Clip. Wir haben hier tatsächlich. Ich weiß den Wert gerade nicht. Siehst du jetzt. Einen sehr erhöhten Wert. Das heißt, die Pflanze hat weniger Wachstum. Verbraucht weniger Nährstoffe. Dementsprechend steigt der Wert an. Und ich werde das Ganze jetzt durchspülen. Um den Wert wieder runter zu bringen. Das ist also ganz wichtig. Denn das ist nur wirklich zu viel, was jetzt drin war. Ich meine, die Wurzeln, die sehen okay aus soweit. Außer die alten. Aber ansonsten. Ich habe jetzt auch einen Teil tatsächlich davon abgezupft schon mal. So. Jetzt müsste auch eigentlich ausreichend durchgelaufen sein. Das heißt, wir werden jetzt nochmal nachmessen. Oh, das ist jetzt aber auch heute. Du, ich sage es dir. Ich weiß. Komm. Neh mal so mit. Es ist, wie es ist. So. Mal gucken, wo ich den hin halte. So. Dann messe ich jetzt nochmal rein, was wir hier drin haben. Jetzt sind wir bei 185. Also immer noch zu hoch. Neh. Das ist schon heftig. Alter Schwede. Okay. Neh. Wir waren letztens bei 100 gewesen. Oh, Alter. Das ist aber... Ja. Da kannst du schon mal sehen. Neh. Also wenn die Pflanze nichts mehr verbraucht, dann steigt der Wert an. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Neh. Das ist ganz gefährlich. Okay. Also. Ich werde jetzt so viel durchlaufen lassen, bis es voll ist. Heute wird noch nicht passen. Dann werde ich ein Stück einfach nochmal rausgießen und dementsprechend dann nochmal befüllen. Okay. Die Venusfliegenfallen. Ja. Das sind also mit die empfindlichsten bis heute. Ne. Definitiv. Bis vor kurzem haben sie noch gut was verbraucht an Nährstoffen. Und jetzt haben sie aufgehört damit. Das heißt also, sie gehen selbstständig tatsächlich in die Winterruhe. Und wenn sie dann mit Nährstoffen versorgt werden, steigt der Wert. Steigt, steigt, steigt. Gehen sie kaputt. Im Normalfall würde man sie nach draußen bringen. Kalt über Winter, ein ganz klarer Fall. Aber auch nicht zu kalt. So minus 15 Grad werden sie wohl nicht abkönnen. Aber da habe ich noch keine Erfahrung. Deswegen haben wir draußen jetzt ja auch welche zum Test. Dementsprechend werden wir im Laufe der Zeit dann auch noch mitnehmen. Ich werde sie drin lassen, um einfach zu gucken, inwieweit wir reagieren können. Um sie gegebenenfalls nach einer gewissen Ruhephase selbstständig eingehen, wieder zum Wachsen zu bringen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Wir versuchen es einfach. Und von daher belassen wir das so wie es ist. So, das war jetzt aber heavy viel Stoff für mich auf jeden Fall. So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, es ist schon interessant zu beobachten, wie die Pflanzen reagieren. Unbedingt dadurch, dass wir das nachmessen können, kann man tatsächlich auch Rückschlüsse draus ziehen. Das ist eine coole Sache. Also sie scheint selbstständig in die Winterruhe gehen zu wollen. Verbraucht keine Nährstoffe mehr. Stellt das Wachstum mehr oder weniger ein, insoweit sie es kann. Bedingliche Wärme wird sie wahrscheinlich immer noch ein bisschen wachsen werden. Müssen wir beobachten. Ne? Das ist so eine Sache zum Lernen. Ne? Das ist... Ja, ich sag's dir du. Das war ziemlich heavy. Vor allem diese Stunde Suchen. Das hat mich ganz schön runtergeschmissen. Ich sag's dir du. Ne? Oh Mann ey. Also ich werde heute auf jeden Fall nochmal ein Dochte bestellen. Weil da gehe ich dann jetzt doch nun mal sicher. Vielleicht finde ich es ja nochmal. Aber vielleicht durch einen ganz dummen Zufall. Ach, da sind sie ja. Weißt Bescheid, ne? Ne, ne. Okay. Also. Oh. Das war jetzt echt viel Stoff. Okay. Ja, aber anders kommt man nicht ans Ziel. Das bringt ja nix, ne? Wenn man es nur so mal anguckt und denkt, ach ja, ist okay. Und dann... Das mit dem Messen ist schon ganz wichtig, dass wir da auf der sicheren Seite in dem Sinne sind. So. Bis denen. Ciao, ciao.